Darf man in Deutschland seine Meinung noch sagen? So hieß eine Podiumsdiskussion hier auf dem Financial Planner Forum in Berlin im Kino Kosmos. Und ich darf jetzt Wolfgang Bosbach, darf ich CDU-Urgestein sagen, Rechtsanwalt begrüßen. Der Teil dieser Diskussion war schön, dass Sie bei uns sind, Herr Bosbach. Ich will direkt mit einer Allensbach-Umfrage beginnen, die besagt, dass nur noch 45 Prozent an eine ungehinderte Meinungsfreiheit glauben. 44 Prozent melden Zweifel an. Das sind die schlechtesten Werte seit Beginn der Umfragen. Muss uns das alarmieren, Herr Bosbach, oder ist das angesichts von Corona nur eine Momentaufnahme? Das ist eine Momentaufnahme, aber sie gibt einen Trend wieder, der sich seit Jahren verstetigt, dass immer mehr sagen, natürlich darf man im Sinne von, ist nicht strafrechtlich verboten. Aber pass auf, was du sagst, sonst gibt es riesen Ärger. Früher gab es Kritik, wenn die Aussage sachlich falsch war, wenn die Zahlen oder Daten nicht gestimmt haben. Heute gibt es den gleichen Ärger, vielleicht sogar noch mehr. Wenn der Tenor der Aussage nicht passt, dann wird man schnell in eine Ecke gestellt. Hat sich vielleicht auch der Freiheitsbegriff verändert in den vergangenen Jahren für uns Deutsche? Ja, wir haben den Diskurs verengt auf das, was politisch korrekt ist. Also als ich politisch angefangen habe, gab es den Begriff vielleicht in der Fachliteratur, aber nicht im allgemeinen Sprachgebrauch. Und heute kommt es schon darauf an, ist das jetzt politisch korrekt, was du sagst? Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Bei Corona haben wir zwei Gruppen gebildet. Die eine, die brav alle Regeln befolgen, die die Regeln für richtig halten, die sich auch strengere Regeln vorstellen können. Und wer sagt, Moment, da habe ich aber ein bisschen eine andere Haltung. A, Sie sind Corona-Leugner, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker. Nein, ich habe nie an der Ernsthaftigkeit von Corona gezweifelt, aber ich habe Zweifel an der einen oder anderen Maßnahme. Musst du aufpassen, wenn du das sagst, sonst bist du Verschwörungstheoretiker. Absolut muss man aufpassen. Die Frage ist nur, haben Sie durch diese Entwicklung mittlerweile selbst eine Schere im Kopf? Ja, man überlegt sich dreimal, bevor man etwas sagt, aber auch aus einem anderen Grund. Und jeder Satz muss für sich selber stehen. Wer sie ein bisschen im Geschäft auskennt, der weiß, wenn du drei Sätze sagst, darf kein Erklärsatz dabei sein, der wird weggeschnitten. Und wenn du den ersten Satz wegschneidest und den dritten, dann kann ein Satz isoliert gesendet einen völlig falschen Eindruck hinterlassen. Sind denn jetzt die Möglichkeiten zu Meinungsfreiheit und Mitspracherecht in Deutschland wirklich zu jedem Zeitpunkt noch so gegeben, Herr Bosbach? Und wenn ja, warum fehlt das Gefühl der Deutschen für dieses Thema doch ein Stück weit mehr? Ja, wir müssen wieder lernen zu streiten. Nicht im Sinne von zanken, nicht im Sinne von mit Möbeln um sich werfen, sondern den richtigen Diskurs, die Auseinandersetzung mit Sachargumenten. Das findet heute nicht mehr in dem Ausmaße statt wie in der Vergangenheit, weil man entweder wirst du irgendwo rechts einsortiert, was links einsortieren geht noch, aber rechts ist schon, also konservativ, gleich rechts, gleich Nazi-Verdacht. Das geht heute blitzschnell. Oder auch sehr populär, das ist rechtspopulistisch. Also wenn die Mehrheit der Bevölkerung eine bestimmte Auffassung teilt, muss ja die Auffassung nicht unbedingt falsch sein. Apropos einsortieren, Sie sind zuletzt auch relativ schnell einsortiert worden, fast auch in eine rechtspopulistische Ecke, weil Sie sich gewagt haben, CDU-Wahlkampf in Südthüringen zu machen. Sie wollen aufgrund der Erfahrungen, die Sie dort auch mit eigenen Parteifreunden gemacht haben, künftig keinen Wahlkampf mehr machen. Wegen der Erfahrungen mit eigenen Parteifreunden, Ärger mit der Konkurrenz habe ich mein Leben lang. Wer ihn sich in die Politik begibt, der weiß, was kommt. Und wenn es in der Küche zu heiß ist, der sollte nicht Koch werden. Aber wenn die eigenen Leute vom Sofa aus anfangen zu twittern, in der Hoffnung auf ein paar Likes von links, von Leuten, die nie CDU wählen, damit habe ich meine Probleme. Die interessanteste Erfahrung war aber, mit der Veranstaltung selber war Schluss. Am nächsten Tag hat sich das völlig gedreht. Es sind ja mittlerweile viele Tausend, die sich den Film angesehen haben über die Veranstaltung, die alle sagen, was ist denn jetzt los? Wir wissen gar nicht, was diese Aufregung soll. Also das Meinungsbild hat sich auch schnell wieder geändert. Wie problematisch ist es, dass wir auf der einen Seite ganz selbstverständlich unsere Meinung faktisch noch sagen dürfen, aber am Ende gesellschaftspolitische und gesellschaftliche Sanktionen erleben müssen. Hashtag alles dicht machen beispielsweise. Einige Schauspieler hatten das Gefühl, sie dürfen nicht mehr das sagen, was sie wollen. Wie gefährlich ist das auch mit Blick auf die nächsten Wahlkämpfe, mit Blick auf das, was unser Land antreibt? Ja, die einen, die es mal trifft, wie zum Beispiel die Schauspieler alles dicht machen, wenden sich ab, wollen mit Politik nichts mehr zu tun haben, begeben sich auch nicht mehr offensiv in einen Meinungskampf. Wiederum andere werden sagen, das war mir eine Lehre, das mache ich nicht noch einmal. Wiederum andere werden sagen, das wollen wir doch jetzt mal sehen. Ich lasse mich doch nicht von Twitter, Facebook und Co. mundtot machen und lege noch einen drauf. Also da reagiert man je nach Temperament unterschiedlich. Ich habe das selber mal bei einer bekannten Moderatorin erlebt, die etwas in einem Lokal gesagt hat, was für mich völlig korrekt war, auch sachlich völlig korrekt, als die Stimme immer leiser wurde, als sie dann links und rechts geguckt hat. Hoffentlich hat mich da keiner gehört. Da habe ich gedacht, ja, wo sind wir denn, wenn wir nicht mehr Dinge sagen können? Ich schätze mal, 80 Prozent der Bevölkerung hätten die Meinung geteilt. Abschließend, Herr Bosbach, wie bekommen wir diese Empörungsdynamik, wie sie von Professor Pörksen von der Uni Tübingen immer wieder auch genannt wird, wieder eingefangen? Kriegen wir sie überhaupt wieder eingefangen oder ist es wie die Zahnpasta, die berühmte, die kriegst du ja auch nicht wieder rein in die Tube? Ja, das ist eine schwere Sunderfrage. Nein, reden, miteinander reden, aufeinander zugehen. Und das Schlimmste ist, wenn Leute in eine bestimmte Ecke gestellt werden. Also ich gebe zu, ich würde auch nicht mit jedem diskutieren. Es gibt auch Leute, da würde ich sagen, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber das ist doch nur eine ganz kleine Zahl. Ich habe das auch in der Politik lernen müssen. Es gibt auch im Deutschen Bundestag Abgeordnete, mit denen möchte ich mich nicht gemeinsam irgendwo aufs Podium setzen. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, sie sind demokratisch gewählt. Genauso wie ich auch sechsmal. Das muss ich zunächst mal respektieren. Also ordentlicher Umgang. Und dann eine Gesprächskultur, wo man in den Mittelpunkt den Austausch von Argumenten stellt. Und nicht, dass es einer, der ist ganz rechts oder ganz links mit dem Radio überhaupt nicht. Das ist schlecht. Bin ich froh, dass wir beide noch miteinander reden. Herr Bosbach, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank.